roter schlüssel wir holen nicht gleich wenn wir nicht erwischen muss irgendwann sowieso geschehen habt ihr schon im letzten video gehört ich weiß noch nicht genau wo du bist da unten immer diese käfig hürden verstecken sich in der gitter und dann kriegt man sie nicht das macht es einem doch nur schwieriger zögert doch nur das unvermeidige hinaus zittrige waffenhand da ist energie center gut das wollte ich mir jetzt zuerst wenn ich da hinkomme unbeschadet ich fühle mich so wohl es hat sich so gelohnt zu warten ich hatte ja keine wahl aber es ist so genial jetzt ist das geil so jetzt werde mal ein bisschen mit der helix aufräumen wobei aus distanz könnte auch die ich hab die plasma schon lange schon benutzt ne solange ich nicht abprallen muss von wänden kann ich die da auch einfach mal benutzen wobei und das gitter kommt die wahrscheinlich nicht ist so gut aber die ist auf jeden fall sicherer bringt überhaupt nichts aber die sicherer als die phoenix aus dem einfachen grund dass sie nicht zurückhalt mit der phoenix erwischt man sich doch gerne mal selber wo sind die gegner jetzt ist ja das war gut ne das hat mir gefallen ein bisschen plasma action hier einbringen war immer meine lieblingswaffe nach der spread oder sogar vor der spread im ersten teil die spread benutzt sich gar nicht mehr weil die jetzt von der helix abgelöst wurde die kaputt mensch erstmal speitern bevor wir uns dem neuartigen halk zuwenden er sieht mich hilfe da guckst du blöd beziehungsweise kannst du nicht mal gucken jetzt guckst du die radieße von unten an das machst du wo ist das exit das secret das secret level der eingang zum secret das haben wir hier immer so viel force field und gitter braucht soviel schalter das gefällt mir nicht so den holen wir uns gleich aber wenn es eigentlich schnuppe ist verschwinde ich lasse das mit mir nicht mehr machen seitdem ich die energie habe jetzt bin ich allen über energie seite hoch als dasselbe das wusste ich doch das wusste ich kann ich bin ich ein paar homic sein sondern habe ich schon aber ich dachte ich kann 40 tragen im letzten video gut dann waren das die konkursen mal gucken wann wir irgendwann zum runden flüssel kommen wird wunderbar ja gar nicht mal so lange ich habe den gelben schon dass man finden wo es da hingeht so verwirren die alles sollte man auf die karte kommen geht das denn hin anfangsraum ok dann bin ich hier total falsch immer weiter da gab es nämlich noch ein gang der tür da war ich auch schon da kann ich jetzt so schön gelbe tür ok aber ich würde das dann gerne erst noch mal untersuchen ach da komme ich noch nicht hin ok da komme ich dann zum roten schutt gut dann ist alles klar alles klärchen gehen wir hier weiter dieses gute alte energie center wenn es nicht markiert wäre ich hätte jetzt drei marken gesetzt aber gut ist sowieso markiert dann lassen wir das so huch ein böser noch ein böser der ist sogar real fangen wir da neu an du blöde musik wie er mich noch trifft wie er schießen kann was gar nicht sein kann so seitlich super toll machst du das hoch come on du angsthase da habe ich meinen überschuss an energie alles schon verbraten wegen dir 189 inakzeptabel mal gucken ob wir das level hier heute noch schaffen aber ich bin da zuversichtlich ich bin heute sehr in aufnahmelaune heute nacht wir haben schon vier uhr oder so oder halb fünf am neujahrestag naja am zweiten für mich beginnt der nächste tag ja immer erst nachdem ich geschlagen habe also haben wir für mich noch den ersten ersten heute wenn ihr das video sieht es wahrscheinlich eh schon im februar oder so hä? hab ich den jetzt schon getötet? der ist wahrscheinlich wieder abgehauen ich bin da mal schon echt ein bisschen verpeilt weil ich das nicht wegkriege kann ich dem schieße natürlich nicht ausweichen am besten muss ich mich erst mal treffen lassen damit sich das lohnt oder auch nicht ist er noch da? ist gar keiner da gut ich bin mir irgendwie nicht bewusst dass ich den gerade erschossen habe und dann gespeichert naja scheiß drauf scheiße drauf ähm 200,101 an Energie das hatte ich erst schon lange nicht mehr geniale Sache mit der Helix wird das jetzt alles eh viel zu einfach hier ist doch bestimmt das Exit drin oder? you cannot open the store das wäre ja ganz was neues wenn es anders wäre was soll dieser Zwischengang? hier traue ich mich er hat irgendwas zu bedeuten wahrscheinlich dass man sich hier irgendwie in Sicherheit bringen kann weil hier jetzt was wartet war klar ich glaube der will nochmal Plasma schmecken unglaublich das ist menschenunmöglich halbwunder dass es eine Maschine ist ähm machen wir das direkt so geht doch mal gucken ob ich jetzt auch irgendwann mal die neue Waffe bekomme die ich im letzten Video gesehen habe ich glaube das war eine neue ich bin mir sicher die habe ich dann aber nicht bekommen im letzten Level habe ich Video gesagt? Level meinte ich ja das ist glaube ich die die Fusion die ich nie benutze weil die so schlecht ist in dem zweiten Teil im ersten war sie auch schon nicht so toll das wäre witzig gewesen wenn das schon das Secret Level wäre so leicht zu sehen hier musstet natürlich auch nochmal kommen immer wenn es ein bisschen gefährlicher wird im Level kommen sie auch wenn sie überhaupt nicht gefährlich sind ja und dann kommen gleich die kleinen Treppen wieder die mag ich ja gar nicht die ist halt ist die Plasma so schwach? kann das sein? ah mir fehlt die Omega-Kenner noch gut wenn die bei der Fusion auf derselben Klasse ist dann wird die ja nicht so gut sein naja wir werden sehen ich bin pessimistisch vielleicht wurde die Fusion auch nur herabgestuft weil die Omega so gut ist 250 nur wollt ihr mich verarschen ey was ist da eigentlich? genau warum mache ich das nicht einfach so? ich bin doch dumm ich muss ein bisschen mehr taktischer denken ey taktisch so trifft das nicht das ist total untaktisch denn der steht da gar nicht im richtigen Winkel ich muss da einfach näher ran zack Hund viel zu viel verloren ich freue eine andere Waffe die ist schwach ich habe doch gesehen die Helix ist auf Entfernung richtig gut deswegen benutze ich die jetzt einfach das läuft nicht ganz wie geplant wie mache ich das denn jetzt? erst mal hier den vielleicht ja wo ist er denn? gut 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 da ist er da bin ich verarscht wo sind jetzt die kleinen Viecher? die kommen doch bestimmt da gleich raus ich kenne euch doch oder hat euch Glück diesmal? die Typen sind da rausgekommen oder sind die da sowieso gewesen? ich hasse sie so warum mussten die wieder eingeführt werden? nur weil sie blau sind doch Diskriminierung hier ich fühle mich so unterfordert was soll ich machen? vielleicht sie töten die treffen mich trotz die die dicke da ist auch noch einer ich kann den nicht erkennen was ist das? geht er? ein geht er? ein fliegen geht er? hallo was sollte ich gerade noch Maser machen? war gar nicht schlechter Ansatz wenn er gar nicht hinguckt ist er einfach zu schwer im bewegen komm jetzt hab ich die rechts eigentlich schon kaputt gemacht? nee hab ich doch gewusst dass da noch was fehlt aber schon wieder verdrängt ihr Säcke ihr seid noch dran ihr dürft nicht fehlen so taktisch ey wieso hast du das gemerkt? du sollst das nicht merken so nehm ich wo ist der andere? wo ist der andere? der will auch noch so wie Ghost-Emission wir so ein Wicht verschwenden wirst du lieber investieren in Wurst leckere Wurst von Rügenwalder kommt kommt ihr Säcke war doch nur ein Witz 169 meinetwegen speicher einfach kein Bock mehr überall liegt Shield rum das kann ich mir alles auch einsamme hier zum Beispiel wer hat jetzt geschossen? wer hat's jetzt wieder gewagt? du Sack du du ne also war das doch ein Gegner ne? kann aber auch sein dass ich mich voll was? woher denn? woher? irgendwo hier ne? ja ich seh doch richtig ich wusste es die ganze Zeit schon ich wusste es aber ich erwischt ihn hier von hier aus nicht ich erwischt ihn nicht dieses scheiß Gitter ist im Weg doch ich hab ihn erwischt da freut sich Sam da freut er sich wie ein wie ein das sind zwei Spieler so sehr kreativ ja damit traurig dringt noch Energie Center hey das ist dasselbe die Gefangenen will ich noch befreien klar Secret finden und sonst war dieser Raum für die Katz geht's hier nicht zum roten Schlüssel natürlich da war ja nur noch die Tür und was ist das? da geht's zum roten und bei der Tür geht's zum Gefangenen na gut schon wer ist zum roten für diesen engen Raum ist dann vielleicht doch die Phoenix probier mal aus jetzt noch die Plasma genommen aber die Phoenix könnte auch witzig werden hast du nicht mitgerechnet als ich von hinten komm keiner mehr da sonst die haben mich alle schon getötet cool zum Glück bin ich hier nicht zuerst hingegangen das wäre glaube ich auch möglich gewesen sondern hab von draußen alles kaputt gemacht und er denn jetzt her wo kommst du her du Sack Nase du irgendeine Tür wieder aufgegangen wahrscheinlich ja ich hab's gehört gerade hab ich's gehört